Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Rocket League. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal 10 Folgen. Nicht heute. Erstmal 10 Folgen, weil wir haben hier mit 4.8 ein riesen gigantisches Projekt. Ihr seht, ich bin Level 6. Ich hab ein bisschen trainiert. Ich werde jetzt trotzdem das Auto mal ändern. Flammen entsteht einmal. Schreie. Check. Nein, ich hätte nicht Flammen, aber die Farbe gefällt mir auch nicht. Blau. Blau. Schwarz. Wie sieht das aus? Metallic hochklatscht. Das hab ich ja schon freigespielt. Also wenn ich in Team Blau bin, er hat eine Rangstelle, ich brauche eine andere Karte. Was passt denn dazu? Was richtig geil ist? Ein auffälliges. E-Picknet. Ich finde es nicht das geil. Im Hintergrund hört es gleich noch. Gleich, gleich, gleich. Vielleicht noch so hochladen. Ich finde diese scheiß Fanbedienung nicht. So höre ich die Musik heute jetzt wieder von ein bisschen lauter. Ich würde das nicht so... Boah. Am besten gar nicht schön. Ich finde die Frontex. Standard hoch. Ich bin der Blau sogar, oder? Eee. Mit Fahrnlicht. Wie, wo, wo, wo. Jawoll, mit Fahrnlicht. Ehm... Die St- 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 Video- Ich bin der K全 dem. Video- Für jetzt nixer Reiwer-Siein. Motor's Haha. Fällt sich gar nicht ganz lustig an. Da hinten wachen oder was? das auf jeden fall und dann machen wir noch mal ein online spiel natürlich beginnt so wie es wenn direkter gas geben da drüben geht einfach mal sehr gut jetzt nicht dass das mein Buchladen das ist nicht Ich hab versucht noch was hochzuladen, funktioniert nicht? Super! Boah geil geklärt! Und was ist kaputt gegangen? Das ist die Chance! Nein! Wo ist der Ball? Nein, wo ist der Ball? Ich suche das Tor zum Schützen! Scheiße, wir haben keinen Bus mehr! Nein! 1-1 Ach, wir sind ja mitten im Spiel dazugekommen! Ich hasse das! Wenn man mitten im Spiel dazugekommt! Ich glaub eine Karriere ist das aber nicht mehr so! Schöne! Entschuldigung! Schöne! 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 Nein! Ich dachte er kriegt nie! Nein! Nein! Schöne! Nein! Nein. Boah, erklärt für uns, wie geil ist das denn? Alle jetzt. Alle von uns auf einer Seite ist aber gut Sinn. Nein. Nein, ich kriege ihn nicht. Jetzt hätte ich das einfach. Geil, 2-1 für uns. Schön gemacht, Junge. Schönes Tor. Das ist jetzt nicht dervig, dass er so genau so ist. Was passiert wie hier? Schöner Pass von uns. Was ist da noch los? Ach, jetzt hast du mal. Na ja, 2-1. Nein. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Hier ist ein scheiß Ball nicht. Aua. Ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Aber mit der Qualkamera sind wir auf jeden Fall besser. Nein. Das ist für mich. Ich hab's ja nicht. Sekunden vor dem Ende, nach 20 Minuten weggeschlafen. Oh, 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 oh. Synerd ist ja, glaube ich, PSU. Ich weiß gar nicht, muss ich da eigentlich auch? Rocket will in die Raumfahrt. Oh, der Berg ist 20 Minuten. Jetzt, er muss jetzt den Boost machen. Nein! Ich habe keinen Boost. Alter, in der letzten Sekunde. In der letzten Sekunde ist 2 zu 3 Kassel. Was der Scheiß. Oh, der Grund schafft es mir auch schon. Hot Wheels. Dachaufsatz. Ja, eins macht man auf jeden Fall. Das war ja nur ein halbes Spiel. 20 Punkte geholt. Immerhin. 20 mehr als der andere von uns. Häääääh. Tsch! So, das geht nicht los. Mach mir das. Ich hab das von mir gesehen. Ach, ich hab das von mir gesehen. Ich hab das von mir gesehen, was ich gesehen habe. Guck mal. So, was geht nicht los? Ich kann hoch. Boah, ich muss nur das Tor gehen lassen. Zählen wir nicht mal ins Punkt. Was ist das denn? Ich krieg diesen Ball doch erst gar nicht. Das sieht aus wie wenn ein Rock gespielt. Das sieht aus wie wenn ein Rock gespielt wird. Das ist ungefähr nicht. Ich weiß gar nicht wie manche was schreiben. Ich kann nichts schreiben aus dem Beispiel. Ich treffe diesen Ball nicht. Zum Ratsatz muss er mich hier zum ersten Mal spielen. Ich weiß nicht. Wer irgendwie nur in der Wand hängt. Ja. Schönen Begegnarische Zunge verlagert. Nein. Der steht bei uns wohl. Das war jetzt die Chance. Der ist gefährlich. Der ist gut. Boah. Das hält nur nicht mal als Punkt dafür, dass ich ihn gehalten darf. Wie ein Festes drin. Was? Das wird nur vorbeigeschlagen. Shit. Ist weiter. Der geht rein! Nein! Der geht vorbei! Boah, Scheiße. Kann ich den jetzt auch mal wissen? Boah. Wo ist er da? Wo ist er da? Hier rein? Nein, den war ich nicht. Der Ball bliegt überall durch die Weltgeschichten, wo er da hin soll. Nein! Eigentor! Die Zimmer. Was ein Eigentor. Boah, krass. Da war aber auch keine. Ich bin einfach reingegangen. Hier ist es einfach reingegangen. Hier ist es nicht so. Es war auf jeden Fall ein richtig guter Schuss. Das ist ein Eigentor. Das ist nicht so. Es war auf jeden Fall ein richtig guter Schuss. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, Mann. Eins zu zwei. Nein. Schönes Blinken. Jetzt auch ein E. Keiner. Keiner. Keiner? Wo ist er denn? Keiner? 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 Ja Mann. Die Zimmerein wäre super IPO. Keiner? Shit! Doch, eine Mühle! Nee! Hey! Ich komm mal schon. Ich hab' nur die Geschosse nachschleitend gemacht. Nein! Ja, was denn? Nein, ich kann es nicht mehr aufhören. Sein Sekunden. Das war's. Shit! Alter! und ich bin gestern vor allem sind die Alle haben Null-Punkte. Wie scheiße sind wir eigentlich? Umfassbar. Hat so ein mega Eigentor geschossen. Oh, jetzt geht's nicht. Die nächsten Mal müssen wir gewinnen. Die Kälte. Die Kälte sind nicht wirklich. Die Kälte sind nicht im Moment. Das ist die Kälte. Was ist bei der Watt für einen Sprung, oder? Ich kenne mich. Ich glaube, das ist der Gegenseite. Okay, so gehen wir auf. Da kämpelt nicht weiter. Ja, Mann! Das ist doch nicht fast. Immer schön. Ja! Nein! Ja! Nein! Jetzt haben wir aber auch noch Pech. Alter! Nein! Mit dem Bus, weil der so richtig geil ist, der Überschussbruch. Boah, gut geklärt. Nicht wieder ins eigene Tor. Ich schließe ins eigene Tor. Was? Nein! Nein! Und er kommt und klärt das Ding aber noch. Was für eine Chance. Nein! Nein! Ich habe ihn eingetötet, aber... Aber was? Ich habe ihn so schön ausgedacht. Nein! Ja, Mann! 1-1! Nein! 1-1! Okay, wir sind wieder mit uns. Nein! Ich habe ihn in den Raum. Ich habe ihn in den Raum gefolgt. Ich bin so schön jetzt. Ich bin so schön hierher. Ja, ich bin so ein Teil der Raum. Shit, 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 shit. Ich bin voll, ne? Nein. Scheiße. Ich bringe das ein Field. Ich bin M них Bremien Rest. Ich bin M будет. Besid ihr! Ich habe versucht, da den Ball zu knicken. Dritte Niederlage im Drittenspiel, das ist natürlich... ...mega... ...mutter startet, das ist okay. Nein! Ja, Mann! 2 zu 3! Geil! Schön, Junge! Geil! Fehler wieder gut gemacht, vielleicht. Erstes Tor! Glaub ich, dann ist es ein 3-3-0! Ich bin jetzt 4-3-0! 2-4-2! Das ist ein 2-4-0. Das ist ein 2-4-0! Guck mal, jetzt bin ich 2-3-0! Scheiße. Zerstörung. Ich hab wieder eine Zerstörung. Zerstörung. Ich brauch schon Tore, wenn man zerstören kann. Nein. Wie er den geblockt hat, willst du mich verarschen? Naja. Ein guter Start in Rocket League. Bis halt Spaß gemacht. Bis dann, was beim nächsten Mal. Oder gleich, wenn man auf die Wartezeit spielt. Bis dann. Ciao.